Herr Landis, als Chef von F10 kennen Sie verschiedene Fintech-Startups ganz genau. Welcher Bereich entwickelt sich im Moment besonders dynamisch? Also wir sehen vor allem den Bereich, wo die Banken ein Interesse daran haben, das ist schnell entwickelt. Das ist zum Beispiel Regulatory Technology, da sehen wir immer mehr Lösungen auf den Markt kommen, die den Banken heute ein Problem lösen können. Dann sehen wir aber natürlich auch viele Challenger-Banker, die auf den Markt kommen und einfach mit besserer Usability und besseren Gebühren für den Kunden als solches neue Modelle auf den Markt bringen. Und wie beurteilen Sie den Standard Schweiz für die Fintech-Startups? Kann man damit grossen Nationen wie China oder USA mithalten? Ich würde sagen, ja, nein. Also ja, sicher, weil die Banken hier sind. Das Know-how ist da. Grundsätzlich möchten auch viele Talente in der Schweiz arbeiten. Ein Nein ist es einfach, die Opportunitätskosten sind massiv hoch in der Schweiz. Also ich muss sagen, das ist ein enormes Risiko, das ich übernehme, wenn ich mich in der Schweiz als Startup selbstständig mache, weil ich unglaubliche Opportunitätskosten habe. Ich kann einen sehr gut bezahlten Job in der Schweiz finden. Und das ist halt wirklich ein bisschen, dass die Leute quasi ein bisschen in ihrem goldenen Käfig sitzen und sagen, eigentlich habe ich eine grosse Idee, aber ich beisse jetzt einmal mehr auf die Zunge. Und das ist eigentlich ein bisschen ein grosser Hinderer. Mit Blick auf die Banken und Versicherungen mit deinem traditionellen Geschäftsmodell, wie stark werden da die Startups mit offenem Arm empfangen? Oder wo gibt es da Ablehnung? Beides auch wieder. Also es gibt solche, die haben verstanden, dass eigentlich die Innovation von morgen von Technologien und Startups getrieben wird. Und die empfangen eigentlich die Startups mit offenen Armen, geben ihnen Zugriff auf Systeme, geben ihnen Zugriff auf Daten. Und dann gibt es eigentlich die anderen, die sagen, das können wir selber machen und wollen wir selber entwickeln. Vielen Dank.